Der Workshop neigt sich dem Ende zu. Zeit für eine abschließende Präsentation. Die Teilnehmer stellen ihre Produkt- oder Service-Ideen für Senioren vor und erhalten ein umfassendes Feedback. Manche Ideen werden nach dem Workshop sogar weiterentwickelt und in die Tat umgesetzt. Dies geschieht in einer sogenannten FabLab Challenge – gemeinsam mit Unternehmen oder auf private Initiative. Letztlich aber geht es darum, den Workshop-Teilnehmern zu zeigen, wie wichtig es ist, Nutzer bei der Produkt- oder Serviceentwicklung aktiv mit einzubeziehen. Designer und Produktentwickler erkennen, wie hilfreich direktes Feedback sein kann. Und die Nutzer werden dafür sensibilisiert, wie Entwicklungsprozesse im Detail ablaufen.